Ja, und dann sind wir wieder zurück zu Doof Space. Ja, meine Energie sieht irgendwie nicht so lustig aus. Ach komm, weg mit der Scheiße. Ähm, ja. Ja, weiter. Ein Text log. Bricht aus dem Chemielabor von Prof. Jägerwald. Jawohl, Uncross. Irgendwas hat irgendwas gemacht. Mit Osmose hab ich noch gelesen. Und ja. Boah, fuhr, Alter. Alter, du... Krüppel, Alter. Cool. Eine Werkbank. Die brauchen wir jetzt ganz dringend. Weil wir haben extra nochmal Knoten gekauft. Ähm. Ja, was macht den Sinn? Äh, vier hab ich eins. Also unbedingt brauchen wir Schaden. Zwei hab ich noch. So, jetzt ist der Schaden auf alle Fälle mal hoch. Ähm, gegangen von dem Spaß hier. Äh, ich hoffe, dass da nichts mehr lebt, weil... Jo, Gott, ach Gott. Da kann man ja erst erschrecken, wenn man mit so einem nicht rechnen. Das ist ja krass. Weg. Ja, weg. Ach. Schick mich jetzt nicht. Oh, nee. Wie viel haben wir ein Zaster-Technisch. Okay, ich meld mich gleich wieder. So, wie ich gesagt hab, die Tür ist offen. Wir haben Energieknoten. Was hab ich gemacht? Ich hab ein paar Sachen verkauft, mir nicht. Weil wir den Energieknoten und die ganze Scheiße, die wir hatten... Boah, perfekt, Alter. Ein Gig Medi-Pack. Und wir haben definitiv das Geld auch wieder drin. Oh. 3000 Credits. Never thought I'd be on the floor. Vegetative Anomalien in der Wachstumskammer Ost registriert. Das sieht ein bisschen anders aus, als das letzte, wo wir mal waren. Hey, cool. Das ist ziemlich ruhig. Fuh, Alter. Boah, der wieder. Ich bin auf alle Fälle nicht tot. Ich bin auf alle Fälle immer noch nicht tot. Aber jetzt. Boah, ist okay. Ups. Bin ich wohl doch an dem hängen geblieben. Übertreiben mit dem Treten muss ich ja jetzt auch wieder nicht. Boah, was geht denn hier? Gut, dass ich so viel Platz jetzt mittlerweile habe. Okay. Dazu sage ich jetzt was bei nichts. Oh, cool. Oh, wie gefällt's mir hier definitiv nicht. Oh, Entschuldigung. Ich wollte dich gar nicht töten. Alter, wir werden hier zugemüllt mit Muni. Wie sieht unser Rick jetzt aus? Ein bisschen Platz haben wir noch. Wir haben auch ein paar Medikids. Oh, cool. 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 Wir gehen gleich auf die drei. Check mal wieder, was der Däscher. Wollte gerade sagen, die Pussy kann ja auch mal nachladen. So. Boah, unser letztes Vieh sitzt jetzt scheinbar auf Ebene 2. Boah, was heißt scheinbar? Es sitzt da. Okay, den nehmen wir auch gleich. Platztechnisch müssen wir hier auch ein bisschen aufpassen. Großes hat die Hülle in der Nähe des Lebensmittellandes gerannt. Das war kein verirrter Asteroid. Das Geräusch kenne ich. Aber es war groß und schwer. Ich melde mich wieder, sobald ich mir erweiße. Cool. Wir kriegen Buch. Wird wieder zugemüllt mit Energieknoten. Halt. Wenn man speichern kann, ist immer schlecht was in der Nähe. Was wohl der Dead Space, Leute? Ich mach hier mal einen Schnitt, Leute.